Yo, was geht YouTube? Wie ihr seht, ich sehe noch etwas fertig aus, weil ich gerade erst aufgestanden bin. Und wie ihr hier vielleicht schon im Hintergrund seht, wir sind heute bei... Broken Head! Wie ihr wisst, die Jungs haben uns gesponsert mit einigen Helmen und heute wird hier ein bisschen Action sein. Und da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Ich denke, es wird ziemlich crazy. Ich meine, wenn man schon das hier sieht, ich denke, das sagt schon alles. Sabrina ist auch dabei. Hallo! Wir sind jetzt gerichtet. Und wie ihr hier schon seht, haben wir schon fancy Klamotten an. Alter, das sieht so geil aus. Und die paar Sachen liegen hier auch schon bereit, weil was machen wir heute? Shooting! Sorry, meine Schönheitblende, das tut mir leid. Hier wird schon hart gearbeitet. Das ist gut, oder? Dein Schild guckt noch raus. Wenn du schild... Ich tue es mal hier an die Hosen zu schnallen. Perfekt. Also die Helme sind ja schon sehr speziell. Total verrückt. Aber cool. So, nicht schnell vorne. Du hast ja endlich schon stark gedrückt. Das erste Video kannst du löschen. Okay, dann. Okay, wer bist du und was machst du? Hi, mein Name ist Toni. Ich fahre seit ungefähr 10 Jahren Motorrad. Die meisten kennen mich auch über Instagram, Rabloch oder über YouTube über Kopfgetriebe. Das war super. Winke, winke Toni! Tschüss! Also weiter geht's hier. Mit... Hallo! Hier, wie ihr seht, entstehen gleich Fotos und auch Videosequenzen für YouTube. Soll ich mich... Jetzt. Halt, stopp! Kurze Werbeunterbrechung. Und jetzt euren Helm auf brokenhead.shop. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Halloween-Shooting. Die Location ist natürlich sehr geil. Mädels sind auch schon ready. Au! Die Nebelmaschine ist auch am Start hier. Sieht das cool aus. Das ist ein richtiger Nebel. Das ist so glücklicher. Untershooting läuft hier. Sieht schon richtig gut aus. Chef ist auch zufrieden? Ja, einfach frei. Ja, sofort. Ja, und noch zwei schöne Exponate. Und jetzt kommt ihr das. Das war es, wir haben ja auch nicht durch die Welt. Das war es so glücklich. Das war es so glücklich. Als wir uns da dringend sein, schwer in der Deckel zurückziehen. Das war es so glücklich. Und jetzt ist es so glücklich. Ich habe, etwa noch ein kleinerer Zug. Auf geht's auf. Ich war eine Art. Wollt ihr den Nebel mitdreißen? Ich bin so auf die Krat. Ich habe die Fotografie. Das ist auch falsch. Haube, bitte. Haube, bitte. Haube, bitte. Bist du auch da? Ich will nicht, deswegen. Das ist richtig. Drei, zwei, eins. Okay. Oh je, jetzt geht es aber hier los. Oh oh. Also so sieht das aktuelle Ergebnis aus. Was das gleich wird, werdet ihr gleich sehen. Wie das alles leuchtet. Voll geil. Alles klar. Leider müde. Leider müde. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Geht. Gute Nacht. Gute Nacht. E cats. Ouэnd? Also,